Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlägen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggressionen in den Griff kriegen. Oder wir finden uns in der Area 51 wieder. Du lebst in meinem Körper. Du hältst dich an meine Rede. Söldige, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bieg das wieder hin. Ich wiederhole mich ungern. Du bist ein Loser. Eddie Brock, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Die Leute lieben Serienmörder. Cletus, warum ich? Was meins ist, ist deins. Und was deins ist, ist meins. Ich habe schon früher Blut gekostet und das ist was anderes. Das Einzige, was ich je auf dieser Welt wollte, ist ein Gemetzel. Ich bin nicht verrückt. Wirklich, ich bin nur wachsüchtig. Oh, Scheiße. Oh, was soll das? Das ist ein Roter. Du musst sofort rauskommen. Dann erlaube ich dir alle zu fressen. Versprochen? Versprochen. Oh, ja. Eddie. Bei dir fülle ich mich zu Hause. Wie in einer Familie. Oh, wow. Du könntest einfach sagen, ich freue mich für dich. Das sollten eigentlich wir sein. Hey, ich freue mich für euch. Nein. Gott, es tut mir so leid. Wir nicht. Die beiden brauchen eine ernsthafte Paartherapie. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020